Zollernalp Data hat jetzt über schnelles Internet, Telefonie und Fernsehen in Heselwang informiert. Die Ortsteile Ostdorf und Engstlatt sind bereits mit Glasfasertechnologie angeschlossen. Das Glasfasernetz soll weiter ausgebaut werden. Zollernalp Data ist 2015 von der Stadt Balingen gegründet worden, um den steigenden Bedarf an schnellen Internetdiensten zu decken. Dabei nutzt die GmbH Strukturen und Personal der Stadtwerke Balingen.